Dann wart ihr bei der Höhle der Löwen. Niemand hat investiert. Kritikpunkt der Löwen, 50% der Profite in gemeinnützige Projekte zu stecken, macht keinen Sinn, ist unglaubwürdig und kann einfach vorne und hinten nicht klappen. Das Themenzitat war, das mischt sich nicht. Entweder man macht Business oder man macht Charity. Er ist dem Konzept auf jeden Fall auch treu geblieben mit seinem großen Fonds. Absolut.